Vergesst Granny 4, was wir immer gespielt haben. Hier ist Granny 5. In einer verschlossenen Tür. Okay. Und einen Schlüssel. Oh, spooky. Hi. Sie hat sich aber nicht eingerichtet, Granny. Jetzt plagt. Ich hab sie aber vorher irgendwo mal rumzappeln gehört. Ich will jetzt... Äh. Ich will jetzt auch jetzt nichts droppen. Da ist ein Wire. Äh. Keine Ahnung, von was ich das Wire brauche. Uh. Oh. Was first you must open the pool gate. Wir verschbecken uns mal kurz. Ja, wir verschbecken uns mal kurz. Ne, wir verstecken uns mal kurz. Ich weiß nicht, ob es so das gehört hat. Ich kenn die Location nicht. Oder... Ich weiß nicht, ob es bei... Oh, screw it. Oh. Und tschüss. Haha. Lady Granny. Das ist überall versperrt, oder? Oder wie? Nein, ich kann jetzt rauf. Perfect. Das ist eine Falle. Rezeption. Das ist hier wie die Rezeption. Und mal hier. Überall Bären fallen. Dolle Wurst. Doll. Äh. Nu? Start typing. Ich weiß auch nicht, wen ich anrufen soll. Oh. 9, 5, 9, 6, 8, 5. 9, 5, 9, 6, 8, 5. Probieren wir mal. Wow, wir haben Pizza bestellt. Wait for delivery. Schön. Wir haben erfolgreich Pizza bestellt. Ich bin stolz. Ich bin sowas von stolz. Jetzt können wir was essen dann. Also, die kommt halt irgendwo, wo steht. Oder überhaupt die Haustür. Okay. Mysterious Lock. Okay. Pizza Wann. Was war ich die ganze Zeit mit dem Wire eigentlich? Oh, Wire, Wire. Schauen wir mal hier. Oh, jetzt schauen wir mal hier. Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Vielleicht keine so geile Idee, weil ich glaube, das hat zerkehrt. Aber es müsste normalerweise die Main Door sein. Ja. Und am Ende ist irgendwo da unten. Nee, glaube ich nicht. Also, wir haben eine Pizza bestellt. Ist okay. Okay, da ist die Küche. Sehr schön. Weiß nicht, was ich die ganze Zeit mit dem Wire jetzt anstellen soll. Ich halte es fest. In der Hand. Da kann man es verstecken. Schön. Also, es ist ein bisschen... Keine Ahnung. Ich habe irgendwie Gläser... Slan. Ist wieder eine Wire? Das sind mehr Wires. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du bist nah. Hör ab. Keiner mag dich. so schaut es aus geht runter also es war es vielleicht nicht jetzt das was ich brauche nicht dass sie mir sieht ich meine ich könnte das job und dann hochrennen ja ich werde jan frei teo praktisch da kommt sie gleich hoch gerast ja ist schon wieder bärenfalle schwer anders zimmer zu viele wires hier weiß wie weit kannst du euch ja noch gehen ok munition ok da brauche ich eine crank ganz schön crank hey ok der war der war flach der war extrem flach staff only tja ich bin halt einer oh servus ich kenne ich aus granny ok da kann ich nicht aufmachen aber die als irgendwie gefangen ausgrund xyz hat 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 morgen net ne 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 muss ich sehen wie ich glaube ich muss in diskriminierung dekoation grad dieses andere ist nur deko ab du stinkst toll es beginnt dann ich will halt nicht darunter 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 aber ich muss ja runter weiß wie schnell bewegt sich die ja komm lass uns mal kurz hauen wow kein impact ja ok wir starten wieder hier alles klären ja das war der schlüssel den ich fallen lassen hab dann muss da ja 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 pool geht und so weiter ja ja ich weiß schon ich weiß alles ok oh leula ist munition i need shotgun das hast du glasklar erkannt kollege schlaumeier wo ist sie so kann ich da rufen nö kann ich hier irgendwas an der rezeption tun da ist ja wieder munition also ich hab also was ist jetzt bisher der erfolg ich habe eine pizza bestellt granny hat meine neitzwiebeln ok äh was dialog ja ich will hier raus da gibt's ja mal am ende eine shotgun weißt shotgun shotgun nee toll ein teil von dem bild ja dankeschön und dann verkrümelst du dich weißt dankeschön was was mache ich so geschissenes dings zerrissenes oh oh stück papier weißt bringt mir doch nichts oh nein bleib da bleib bleiben sie wo sie sind gölle oh und wo gibt's die shotgun das ist die frage die ich mir eigentlich stelle wow 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 hab ich schon gesagt wow shotgun wo oder wenn ich wenn ich grandys waffe kriegen würde das wäre geil ja genau kann ich auch nicht entschärfen doll blöde granny blöde ähm ne also also könnt mal gucken wie es ausschauen würde genau dich hab ich gesucht wenn wir alle tage verlieren ah da bist du baut schiff wahrscheinlich nur the end oh äh äh s nein boah das ist ja das krasseste ending in granny okay das hatte ich jetzt nicht erwartet aber das ist echt das krasseste ending in granny scheiß drauf dass es ein fangame ist aber das ist krass now you'll never wake up und damit lasst es gut sein mit granny 5 wenn ihr hier klickt gibt's granny 4 ich wünsche euch noch einen schönen tag und man sieht's im nächsten video wieder macht's gut